Hallo YouTube an der Internete und willkommen bei 1.15 hier auf der Playstation 4. Ja, nein. Tom versucht ohne Hilfe zu arbeiten. Ich will mal das Fenster. Das habe ich ja nicht so gerne. Und ja, ihr müsst es ja auch mal so können. Oder? So, jetzt musst du aber mal, ne? Teuer Geld. Jetzt kommt schon. Der ist nicht groß. Rein da jetzt. Ist der echt zu dick? Ja, der geht nicht. Auch nicht mit Anlauf. Doch, jetzt. Naja, wenn nichts, dann wieder raus. Das heißt dann wohl, dass ich hiermit gar nicht anfangen brauche, ne? Mit dem hier zumindest. Dann können wir auch gleich auf den Zug schmeißen. Ich will mal schnell laufen. Ich bin sehr muskulös. Aber es ist auch Leichtholz. Leichtholz ist nicht so schwer. Aber ich finde es auch gut, dass es nicht klar ist, dass man die so tragen kann, natürlich. Sonst. Komm schon. Mhm. So. Drauf ist er. Ja. Was macht der da eigentlich? Ich glaube, das ist eine Spezialeinstellung. Die kannst du dir als extra einbauen. Und das ist, wenn der Kraftstoff jetzt, ne? Man hat ja früher, auch bei den älteren Traktoren, zum Winter hin mal ein bisschen Benzin dazu getankt. Da konntest du diesen Modus hier einstellen, damit sich das besser vermischt hat. Damit du halt nicht den Reihenbenzin oder Diesel dann ansaugst. Ähm. So. Ich stelle es mal ab. Das ist genug gemischt. Und. Gucken wir mal, was ich jetzt da überhaupt noch reinkriege. Äh. Weil das hat sich ja bisher noch nicht wirklich genug. Ich gehe mal zur Seite hier. Also hier könnte man vielleicht. Äh. Nein, das muss so gehen. Ähm. So. Übrigens haben auch manche von euch gesagt, hey Tom, wir haben auch keinen Sound. Ähm. Und ich sollte mal bei den Hühnern gucken, wie es da ist. Ob die gackern oder nicht. Das können wir nochmal machen, ne? Ja. Ich glaube, ich muss den erstmal wieder rausnehmen, da. Hm. Der verstopft vielleicht auch. Mist. Ähm. Jetzt kommen. Ich bin nicht so mit. So. Weil ich finde, sowas müsste doch durchgehen, oder? Ich muss auch noch so ein bisschen, äh, üben mit dem, mit der Hand. Ja, siehste. Kann natürlich auch sein, dass er einfach sagt, dann, hey, nee, zu groß ist der auch nicht. Also jetzt ist es zu lang, dachte ich gerade. Boah, guck mal hier. Cool. Kannst du schön nehmen für, für die Schafweide oder so. Ja. Genau, das ist das Problem. Nee, jetzt ist die Spitze weg. So. Verdammt. Also dann lieber ein Stückchen länger nehmen und, äh, dann einführen. Das hört sich alles so komisch an, ich weiß. Jetzt kommen. Wir müssen ja wenigstens den EK für das Ding wieder rauskriegen. Ein bisschen. Oh, mit Gewalt geht das. Dann geht der vielleicht auch rein. Hm. Doch. Komm schon. Du los. Hm. Das dauert halt ein bisschen, ne? Das ist zu schwer. Hinter auch gleich sägen. Das ist auch etwas lang eigentlich. Ich sehe auf das Ende gar nicht. Äh. So. Ich sollte mal von der anderen Seite gehen. Ich glaube, das klappt besser. Ich kann schon. Nee, so will er nicht. So. Diese ganze Mühle. Mach es mal ganz kurz. Mann. Ich acker. Ich fülle 10. Da kann ich ja. Da kann ich ja dann auch. Aber es macht ja auch Spaß. Ich will ja mitten um die Kohle. Oder? So. So. Du kommst mal. Ähm. Komm. Das will ich nur kürzen. Ich finde es ja schon toll, dass es mit der Hand überhaupt geht, ne? Dass man so, äh, überhaupt die Möglichkeit hatte. Der muss auf jeden Fall nochmal klar gemacht werden. Ah. Ich, ich komme noch nicht so ganz klar mit dem Dreieck und, äh, Kreis. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Aber es ist ungewöhnlich. Also es wird auf jeden Fall besser sein, als mit der Schultertaste sich zu drücken. Aber. Wie gesagt. Da muss ich erstmal angewöhnen. Hm. Jetzt fluckt das schon langsam. Der muss immer nur ein bisschen überredet werden zu den größeren Geschichten hier. Na komm. Los. Friss. Der ist doch zu groß. Ich glaube fast. Ja, ich gehe gleich auch. Warte. Noch, noch, noch einmal. Ah. Mann, die Maschine kann auch nix. Aber wenn wir einen Zug schmeißen, macht eigentlich auch keinen Sinn. Dann lieber auf dem Anhänger. Oder auf dem Kopf. Komm schon. Na gut, das ist wegen der, der Verstrebung wahrscheinlich. Also. Einen noch. Okay. Den hatte ich auch schon geteilt. Das ist schon eine geile, spaßige Sache im Multiplayer, der auf jeden Fall noch kommen wird. Äh. Rein. Und den haben wir jetzt Glück gehabt. Aber auch, wie gesagt, nur mit Gewalt. Guck mal, wir könnten einen Traktor noch hinterher schieben. Wir wollten es ja auch nicht kaputt machen. Was ist denn denn so ein Ding hier verstopft? So, komm, einen haben wir noch. Haben wir schon ganz schön viel geschafft. Zwar nix verdient, aber... Ich hab wieder was gelernt. Hoffe ich mal. Jetzt muss ich das nicht antun. Aber jetzt komm schon. Aber wenn du so richtig so ein, so ein, so ein Stapel hast von, von dünnem Holz, was, was dann auch selbstständig reinzieht und hier nicht so gestopft werden muss. Ich muss mal probieren, mit dem Traktor anzuschieben, warte mal. Mhm. Kein Problem. Jetzt bin ich mal gespannt. Na, machen wir es mal so. Ja, schon vorbei. Das ist doof jetzt wegen dem Haus, ne? Ich komm da nicht so richtig ran, so. Ich würd gern näher dran, aber... Ja, guck mal hier. Beziehungsweise sag ich, wenn du das mit zweimal machst, dann... Geht das auch? Ah, ich steck nur noch ein Stück fest jetzt, ne? Ah, hier ist was. Okay. So, äh... Ich mein, so kleine Bäumchen müssten ja gehen hier. Aber ich weiß gar nicht, ob man so ein Ding überhaupt fällen kann, aber das interessiert mich gerade mal. Wenn's eigentlich nicht sinnvoll ist, aber... Läuft die See jetzt? Ja. Nee, das ist noch zu klein. Die ist noch zu klein. Warte mal, der soll nicht da auf die Straße fallen. Der ist aber auch nicht so dick hier. Guck mal, vielleicht... Umwämsen. Jetzt lass doch mal das Licht. Du brauchst nicht... ...die Schulterpiste. Habt ihr das schon raus? Dann rückt ihr die auch noch mal raus vorsehen. Nee, jetzt die Spitze ist weg. Egal, wir machen jetzt auch wieder halbe, halbe. Machen jetzt mal die Fräse aus. Wir verladen noch ein bisschen was auf den Zug. Oh, doch so ein bisschen was haben wir ja zusammengekriegt. Ich höre Hintergrundgeräusche. Hört ihr das auch? Mit dem Wind und so? Warte mal. Ich jetzt auch steigern. Hey, was denn jetzt? Ich hab Hintergrundgeräusche. Cool. Sehr schön. Wir machen jetzt nochmal einen zweiten Baum. Wund ich jetzt gerade, wo ich weiß, wo die Tasten sind. Jetzt noch mal ein Ausstuhl in der Säge. Das ist schon eine ganz coole Sache. Bäm. Ungewämst. So. So. So, der nächste. Und der nächste. Ja, mit unbedingtem rückwärts fahren, ne? Sollte man können. Ja, Hintergrundgeräusche. Super. Warte mal. Wir können ja mal ganz kurz. Ach nee, der ist nicht zu Hause. Der ist zu Hause. Ich stehe mal eben drüber laufen. Ist das zu weit weg? Ich mach mich auf dem Weg. Kann mich schon mal verabschieden. YouTube. Ich danke euch für das Zuschauen. Und ja, war mal ein kleines Experiment. Ist doch auch nicht so. Ja, der Hexler ist. Ja. Also für kleine Stücke. Ja. Soll man lieber auf den großen sparen? Ich weiß es nicht. Also es ist schon. Ja. Ich weiß auch nicht. Also so. Das Problem ist einfach, es macht dir Spaß, ne? Mit den Spitzen. Hühner. Es macht dir Spaß mit den Spitzen. Auf jeden Fall. Nur, dass du halt... Müssen wir mal einsammeln. Wie springe ich denn? So. Ja, fein. Ja, ähm... Ich hab Mai. Und... Oh, wir sind unbedingt mal einsammeln hier. Was wollte ich denn jetzt erzählen? Da... Da ist Gold. Hey. Cool. Ähm... Da ist voll hier. Da ist voll hier. Jetzt hab ich die Hühner hier völlig aus dem Konzept gebracht. Auf jeden Fall freue ich mich, dass der Sound wieder da ist. Ähm... Wenn es wieder heißt... LS17 auf der Playstation 4 YouTube. Macht's gut. Ciao. Untertitelung.